liebe leute willkommen in der hitze der sahare ach nee warte es ist ja gar nicht in dem wir hier wir sind wieder da keine macht ich weiß keine ach ist soll ich es ignorieren soll ich es nicht ignorieren ich weiß es noch nicht an den fahr mit dir du wirst gekreuzigt dann ausgepeilt zu schön dafür um gekreuzigt zu werden jetzt müsstet ihr wissen wie jimmy aussieht ja gut aber hinter mir ist auch gerade kein fahr sondern eine wand und kater der auf dem couch steht der kann ich ja den ausbrechen mit freude wird er das tun ja der das ist ja die frage ist nur wer mich fehlt die habe ich mir noch nicht beantwortet ich mit frederike im zwielicht vorst oder sprich mit frederike im zwielicht vorst du hast heute aber ich sehe jetzt schon das 26er quest ist kann eurer nicht gut gehen ja das läuft ne wie geschnitten rot zwei level über uns aber ich möchte jetzt schon die drei über mir so ach komm oh nein und damit ist keine cool sfk K Oh, wow, gibt dir einen Schaden? Ey, was ist hier los? Oh, das hat ja viel gebracht. Leck, mach, komm! Oh, wie viel Schaden, ich habe nur Krieg. Er steht aber ganz schön beschissen da jetzt. Oh, 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 oh! Ich bin tot! Hey! Oh, ich das Ding jemals durchkrieche, was dann passiert, liebe Leute? Ne, ich habe ja keine Ahnung. Warum kriege ich die eigentlich Aggro? Also, wenn ihr das Spiel jetzt nicht mehr hört, bitte entschuldigt. Aber ich wollte diesen Skill-Spiel mal spielen und ich kann nichts dafür, dass der so unglaublich ist. Blablabla, blablabla, blablabla. Der erste Bekloppt ist wieder da. So ein Scheiß auch. So, bist du fertig hier wenigstens? Ja, hast du die Curse auch fertig? Äh, ist das mit den Kisten hier oder nicht? Ja, das mit den Fässern, ja. Ey, ich habe das Spiel jetzt schon in Windows leiser gemacht. Und diese Attacke ist immer noch so unfucking, unfucking fastbar laut, ey. Das ist ja sogar bei mir recht laut, was ich extrem finde. Aber ich will den einfach mal gerne spielen, den Skill-Bohren. Das ist eine Kiste. Ah ne, die Kisten habe ich noch gar nicht. Das sind andere. Die Fässer sind eine eigene Quest. Hast du die Fässer jetzt schon oder was? Anscheinend. Naja, gut. Mann, die nimmt mir die mal weg. Wer auch mal. Kriegst du die nicht? Ne, ich will einfach mal. Mann, hier nimm doch. Mann, hier nimm doch. Mann, hier nimm doch. Das gehört von seiner Frau nicht. Okay, kriegst du nicht. Ich nehme mal die beiden, die hier wieder responsieren. Mach das, mach das. Du dich ganz wangen. Weil ihr wisstet, wie sehr das gelogen ist. Nein, das ist gar nicht. Das finde ich immer so ein Scheiß. Haha. Willst du mir also damit sein, dass ich dich jetzt nicht seit lange genug kenne? Um zu wissen, dass das gelogen ist. Richtig. Okay. Fertig. Ey, ich krieg einfach so unglaublich viel Schaden hier, Mann. Oh, fegt euch doch. Wir sind hier den dunklen Altar. Na. Aber du darfst gerne mal vorlaufen. Den dunklen Altar. Na, das wär nur in, äh, kleinen Istanbul so. Das ist in der türkischen Fassung. Ja, in der heutigen Zeit ist es ja auch ganz schlimm, wenn man jetzt irgendwelche Witze macht über sowas. Oh, voll gegen Türken. Ja. Ach, wobei da, also ich glaub, das war schon immer schlimm. Na, jetzt ist es schlimm, also durch die Wahlen und alles. Da muss man ja aufpassen, was man sagt. Wo ist Nuki? Besiege Nuki. Ja, das ist das Nuki, Mann, weil das ist näher. Nuki, Nuki. Ich hab mit geistig, ich hab echt nur mit geistig Kranken zu tun. Ich hab den Nieder davon, also würde ich mich schon fragen stellen. Nene, 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 nene. Seine Freunde sind immer mittelmaß, von sich selbst. Schön hast du das gemacht. Gut, wa? Trottel. Ist doch voll schlimm. Hoffentlich stirbst du. Oh, der Skel ist super eng, ich glaube. Was, was steht da? Feuer, Feuer, Frost Häufling. Ach so, äh, das ist also das, was dann aus, äh, Song of Ice and Fire rauskommt, ja. Ah, ja, Feuer, Frost Häufling. Ich meine, ich könnte jetzt spoilern, aber... Nicht gestorben, nicht gestorben, nicht gestorben. Uuuuuh. Naja, hast ja auch nichts getan. Doch, gekitelt. Für dich. Ja, hast du. Äh, ich glaube, das sollten wir ja umgekehrt machen. Ich hab gefühlt, krieg ich Schaden wie sonst was und mach aber gackeln. Wie, wie so oft. Du suchst dir halt immer die Trauercharakter aus, ne? Ja, ich bin halt einfach nur in Levels behind und dann nochmal zwei Level allgemein behind. Ja, wie bezeige ich das hier in das schon kommen? Ich weiß nicht, dass er gerade mein hingehen beendet hat. Stand ganz dick, äh. 25, ja. Ja. Mensch, wir kommen jetzt richtig voran hier in dem Spiel. Äh, wieder mal eine Grinding-Folge, oder? Wie sieht das aus? Ja, warte mal, wir können doch die Daily Quests machen. Das ist jetzt dein Ernst, oder was? Naja, wir müssen dann 25 erreichen. Also, irgendwie müssen wir die XP hier rankriegen. Ja gut, ich bin am Anfang von Level 24, von daher... Ich bin noch nicht mal 24. Ich nehm einfach mal alle Daily Quests an. Geht das? Ah, geht. Wo nimmst du die denn an? Oben auf den Kalender klicken und dann... Tegliche Quests. Ach, vier von vier hab ich. Ich hab die letzte, die 23 hab ich nie angenommen. Nur zur Info, bauen wir auch immer vier von vier. Ja, voll zu spät, ne? Ja, dann gibst du die auf und nimm den anderen. Also hast du 25, 24, 25, 24 angenommen. Ja, ich hab alles, bis auf die letzte, gesucht. Karmin Aul. Warum soll ich die denn annehmen? Die gibt dann wenigstens nichts. Aber voll abgesehen, dass ich die nicht annehmen kann. So, dann... So, dann... Ja, keine Ahnung, machen wir als erstes. Gefrästiger Priester Tripan. Äh... Ja, machen wir. Alter, die ganzen Fall sind auf der Linie. Die sind die gleich hier vorne, oder was? Ne, was ist... Hä? Was ist das jetzt? Das weiß ich auch nicht. Äh... Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Äh... Gefrästigen Priester Tripan. Es gibt Dinge, die muss man halt nicht kommentieren. Das war aber doch vorher nicht da, oder? Ja, richtig. Äh... Äh... Wo führt denn das denn alles hin? Boah... 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 Geh mir denn mein Hund hier jetzt grad so auf den Sack? Dann hab ich ben froh, dass der, dass der vor immer nicht fiept. Der hat schon gefiept, das hast du nicht gehört. Doch, das habe ich gehört, aber jetzt hat er aufgehört. Wohl... Wohl, du hast die Tür zu mal etwas, vonbein. Nee... Oh, hör doch mal auf! Seit wann darf Luna überhaupt in sein Zimmer rein? das darf sie schon nur sie soll nicht bestimmte sachen das darf sie schon sie sollen mich bestimmte ich muss jetzt dass sie nicht alles breit latschen was der hund abrufen das schon ist so richtig aber als ich da war durfte sie ja weil ich das nicht möchte wegen den hunde haben das weiß das klingt wahrscheinlich aber das ist jetzt abgehakt die quest die wir bei mir nicht mehr angezeigt müssen diese dinge fünft wir sind überall ist egal welchen töln ist oh scheiße ich habe mich gerade erschrocken was auf einmal so warum das auf dem boden lag die ganze zeit das war nicht viel also ich muss schon sagen das fängt jetzt jetzt fängt das an cash so wie sie jedes andere free to play mro jede xp harter kämpft hier ich glaube ich habe den größten fehler den wir machen da muss man aber auch fairerweise dazu sagen lass uns mal wendiger machen wir das hier oben wenn ihr ja genau das brauchst du hast dich da habe ich los weil es ist hier über uns nicht auch tatsächlich dass das größte das größte problem ist was wir gerade haben was auch tatsächlich dem let's play ein bisschen geschuldet ist das game ist dafür gemacht du kriegst ja belohnung alles drum und dran wenn du die dungeons 500 mal machst und genau das sollst du ja und das machen wir halt nicht aufgrund des let's play ist und ich glaube das ist tatsächlich ein grund warum wir dann jetzt auch so behind sind ich würde nicht hoch gehen wenn ich du will ich habe da müssen wir wollen ja ich weiß aber hier von sieben eindringen boah einer steht da mittendrin und das ist sonst unglaublich herr mich schon gequestet sogar ja dachte war doch das wo du diese rausgekaltet hast richtig ich erinnere mich wir müssen hier hoch was ist denn das da für ein viech ach das ist auch ein anführer agrac agrac wo hast du dir jetzt akku gezogen damit wir mehr platz haben und der hier ist ja ich wollte gerade sagen dass du schon gesehen ja obwohl den kriegen fast gar nicht und der für eine reichweite junge das ist genauso einer wie du ich habe gedacht das schaffen wir das musste jetzt nur tun hast du die scheißrote kacke nicht da drunter sehen man bist da und ja ich bin vorher gestorben wir haben es nicht geschafft ich hoffe nicht ich lass dich gleich so verriegen ja liebe leute was soll man sagen jetzt kommen halt die farming sessions das war ich gehe weg das übernehme ich nicht ohne die millionen form ich gehe weg na ja ich will auf lauf deutlich mehr als ich wir überlegen unseren weg wie wir das jetzt machen bist du auch wir sind cool